Gut, dann schlagen wir noch Schlachten, wie zum Beispiel die hier, Minas Tirith, das schaffen sie nicht, sie haben zwar einen Hexenkönig dabei, oh warte, ne, sie haben, hm, sie haben einen Hexenkönig, Morognir, die Heldenerstellung und noch einen Gläun, oder wie auch immer das als Zwerg war, Dein, keine Ahnung, hab ich nicht geguckt, aber nichtsdestotrotz, machen wir hier erstmal zu, dann den ganzen Spaß hier, und dann wollen wir mal Türmchen bauen. So, naja, falsch gedacht. Wo, ah ja. So, ich habe Türme, und die greifen hier an. Oh, der Bannerträger ist cool. Der ist echt cool. So, erst mal ein bisschen in die Formation gehen. Irgendwo wirst du bauen können. Doch, das geht ja schon. Das sagst du dauernd, aber das stimmt nicht. Lass mich doch erstmal gucken. Irgendwo, da muss doch was hingehen. Dann baust du das halt da hin. Upsi. So. Ui, die können von da oben nach da unten schicken, das ist cool. So, ein Grund haben sie jetzt nicht. Das geht mich wundern. Also, alles in Ordnung. Bauen wir noch mehr Türmchen. Oh, und schon kann ich Fähigkeiten benutzen, ist auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, sie kommen nicht mal durchs Tor durch. So, nachdem wir jetzt alles vernichtet haben, können wir rausrennen. Ja, Kausaren will ich jetzt nicht haben. Da ist die Heldenerstelle. Aha. Na jetzt, was macht der da? Jetzt stirbt er. Was ist der Fein? Was soll wir tun? So, der Troll, der haut gut drauf. Krog Schädelstampfer. Ist halt erst du für drei, aber tankt schon so viel weg. Oh, der ist nicht gut. Haha, der Schaden reicht nicht ganz. Und gleich müsst ihr sterben. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nice. Wo ist denn da der Nut School? Da ist er. Soll er machen, wenn er meint. Auf jeden Fall werde ich die Dunkelschwinge wiederbeleben. Das macht, glaube ich, einfach nur Sinn. Und er kann da oben wüten, wie er möchte. Von hier oben schaut er gar nicht so groß aus. Naja. Warte mal, ich wollte eigentlich so einen Überblick machen. Also da hat man eigentlich eine echt coole Aussicht, ne? Na gut. Oh man Gott, da oben brauchst du auch nicht kreischen, da steht nix. So, wo sind jetzt meine ganzen Leute? Oh, ein Türmchen. Aber ich habe bessere Türmchen. Meine sind nämlich fetter. Ich habe dicke Türmchen. Und alles geht kaputt. So. Ich könnte hier mal so Kluften bauen. Darf ich nicht. Dann baust du halt dort. Sieht, sieht ganz gut aus. So, die Spinnen machen das so. Die packen das schon. So. Rufen wir noch einen Wächter und einen Lindrum und die Dunkelheit. Ich wollte echt gerne eine Kluft bauen. Ah, da ging es gerade. Sehr schön. Vielleicht baue ich noch eine Kluft, wenn sie irgendwo hinpasst. Ja, ich sehe schon. Ist doch bescheiden. So. Baust dorthin. Dann machen wir hier überall noch Türmchen. Sehr schade, dass man hier oben keine Katapulte bauen kann. In der Kampagne ging das nämlich im Einser. Aber hier, nix. Sehr bedauerlich. Aber da machst du nix. Sehr schön. Können wir hier unten eine Schatzlager hinknallen? Man. Gibt es da hinten? Darf ich bauen? Ja, okay. Wie gesagt. Hätte mich gewundert, wenn sie das eingenommen hätten. Hätte mich echt gewundert. Gut, 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 gut. Gut, dann lass mich mal sehen. Hügelgräberhöhe. Okay. Ja. Das kann man sch- Uh. Oh. Wird schwer. Wird schwer. Ah. Wird nicht leicht. Okay. Aber, wir müssen es probieren. Wir müssen es einfach ausprobieren. Hilft nichts. Wird nicht leicht. Toll. Wow. Wow. Toll. Wow. Super. Wow. Genial. Toll. Wie wäre es, wenn ihr euch ein bisschen verteilen würdet. Ich habe nur die Befürchtung, dass der Nazgul leider die alle besiegen wird. Oh, mit Olifanten auch noch. Jungs, wie soll ich denn das schaffen? Wie stellt es an euch das vor? Ich meine, ich kann da drüber rennen und so. Also, ja, aber Ewig lang und viel kann ich auch nicht drüber roffeln. Das klappt einfach nicht. Irgendwann sterben die einfach. Vergiss es. Keine Chance. Keine Chance. Aber gar keine Chance. Das war peinlich. Das kann man schaffen, oder? Bitte. Weil die sind dort wenigstens ausgerüstet. Sollten sie sein. Dann kann ich wieder rundherum laufen und... Den ganzen Käse, ihr kennt das ja. Bauen wir. Wollen uns hier wieder alle Kommandeerspunkte, Fähigkeitspunkte, einfach alles. So viele Spinnen sind es, das war gar nicht. So sind es so wenig. Naja, geht eigentlich. So, hier ist diese Katapulte. Was auch immer die wieder angreifen. Ich will es gar nicht wissen. So, geht es hier mal ein bisschen scouten. Ah ja, okay, 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 okay. Ganz viele Verlangen. Ganz viele Verlangen. Die kümmern sich mal... ...um die Katapulte. So, die konnten wir zerstören. Naja, den lasst ihr jetzt bitte nett am Leben, ne? Haben die die jetzt echt am Leben gelassen, oder was? Ne, gut. Seid zwar nicht... Seid nicht fertig. Gehört noch mir, wilder Höhlen-Troll. Oh Mann, nein, da steht es ja doch ganz bescheiden. Na, Glückwunsch. Ja, die kriegen gleich noch ein Nest. Ich würde es nämlich schon wieder brauchen, so wie das ausschaut. Ihr dürft es angreifen, ne? Nur nicht... ...nur keine falsche Scheu. Ihr dürft angreifen. Wissen Sie, wie das einen... ...sein... ...Rage-Modus aktiviert? Ah, toll. Oder... ...oder einfach das Ziel wechselt. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ganz im Ernst. Lass den Gimli Gimli sein. Hau mal lieber hier... ...Baumeister weg. Zerstören wir erstmal alle Baumeister. So, da können wir drüber rennen. Tschüss. Dann bauen wir hier... ...Festung. Scheiß drauf. Verlangen. Verlangen. Zurückziehen. Hier. Hier so. Könnt ihr da angreifen. Na los. Greift's an. Da ist der Gimli. Hau mal wieder ab. Da ist ein Höhlen-Troll. Da ist ein Höhlen-Troll. Rönder da wieder weg. Ich muss hier nur durchhalten. Vielleicht zerstören wir den Höhlen-Troll doch mal. Mach sie bereit. Mach sie bereit. Mach sie bereit. Reiter in der Höhlen-Troll. Verstört alles. Abbrechen. Verstört alles. Abbrechen. Weiter weiter. So. So. Spieß sie auf. Sauron. Geschwören. Aber da fehlt mir jetzt gerade einfach das Geld. So. Scouten wir mal hier rum. Irgendwo. Ja. Dann töten wir halt. Komm. Tschüss. Gut. Linie vernichten. Anschließend Baumeister. Das und das. Da bauen wir hier weiter. So. Sehr schön. Das macht nichts. Da oben habe ich eine Festung. Und weiterlaufen. Laufen, 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 laufen. Dann greift er hier an. Kann nicht so schwer sein. Und weiterlaufen. Immer schön weiter. Weiter, weiter, weiter. Da ist ein Baumeister. Den können wir mitnehmen. Sehr schön. Sehr schön. Irgendwann muss ja mal Schluss sein. So. Wieder drumherum. Rüsting können wir noch bauen. Das, den können wir ausbilden. Dann kann ich hier tatsächlich noch mal Spinnen machen. Weg, 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 weg. Ah ja. Gegner. Okay. Dann bauen wir uns hier mal einen Turm. Rennen noch mal außen rum. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude beobachtet uns. So. Aha. Eine Festung. Die sollte ich zerstören. Ah, ihr müsst laufen. Ihr müsst leider laufen. Der hatte nämlich noch einen Baumeister. Mit der Festung ist das jetzt ein bisschen doof. Da fehlt einfach ein bisschen der Schaden. Dieses Hin und Her. Ist schon recht gefährlich. Aber. Geht. Rennt. 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 Immer schön weiterlaufen. Ja, 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 ja. Das wird schon. Mit der Zeit wird das schon. So, dann hole ich mir jetzt hier den ungezähmten Verbündeten. So. Dadurch habe ich den Troll bekommen. Und hier Spinnen und das Zeug als Ablenkung. Irgendwas ist da. Nichts Gutes, so wie es scheint. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich probiere es einfach weiter. Irgendwann muss es klappen. So, vielleicht kann ich jetzt hier noch die Festung zerstören. Mal sehen, wie weit ist die. Fertig. Na, ganz toll. Die Spinnenreiter sind einfach nicht so stark. Das ist das Problem. Da kann man drüber rennen. So, der Gimli da lebt noch. Ein bisschen was bauen kann ich aber noch. Theoretisch, wo ist denn der Ork Trollhort? Der war doch irgendwo ein Trollhort. Ist ja jetzt zerstört worden. Ja, okay. Nun denn. Sei es drum. Das wollte ich nicht bauen. Ja, genau jetzt. Ich könnte so kotzen, Mann. Dankeschön. Erst haut er mir alles kaputt und dann haut er ab. Das habe ich gern. Dankeschön. Schlimm. Jetzt habe ich da halt nur noch Noob-Einheiten. Auf Dauer werde ich das so nicht halten können. Das wird ziemlich schwierig, das sage ich euch. Das wird ziemlich schwierig auf Dauer. Aber... parecer es schwierig.